Europa ist für mich wie ein großes Land. Es ist ja so, dass sich alle Länder gegenseitig aushelfen, wenn es zu Problemen oder Komplikationen kommen und das ist halt super, super schön. Als Sportler muss man auf seine Ernährung achten und in Europa haben wir den Vorteil, dass wir einen sehr hohen Lebensmittelstandard haben und das ist auch richtig gut für uns. Und wenn wir ins Trainingslager fliegen innerhalb Europas, dann haben wir auch keine Probleme, aber wenn es dann mal ein bisschen weiter weg geht, dann ist es immer ein bisschen kompliziert, dann muss man sich vorher darum kümmern, dass die unter 18-Jährigen eine Aufenthaltsgenehmigung haben und solches. Als Kanute bin ich dankbar, dass ich so ein starkes Team hinter mir habe und genau so sehe ich auch die EU, denn die steht schließlich hinter uns allen. Und deshalb bin ich dabei Niedersachsen für Europa.